Ah, das schwör ist mich Leute. Mir gibt es heute so einen Nagel. Wuhuuu, bockt richtig geil. Also Leute, heute seid ihr mit dabei, Exclusive auf meiner Gassirunde von Döbling nach Klosterneuburg. Wuhuuu, bockt richtig geil. 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 Wenn nicht immer diese Smuckerl ins Gesicht fliegen würden, dann wäre alles einfacher. Mund immer zulassen, sonst hast du einen Eiweißschock vom Feinsten. Wie die Leute immer so böse schauen. Wenn sie sehen, du hast eine Actioncam montiert. Ganz böse. Böser Junge mit Actioncam. Nice. Insgesamt beträgt die Abendrunde um die 30 Kilometer, die ich knapp 1,5 Stunden brauche. Die Kids haben auch richtig Bock, richtig mal wieder die Sau rauslassen nach der Scheißzeit. Kurze Trinkpause. So Leute, ich habe jetzt noch schnell den Akku getauscht von der GoPro. Ich chill jetzt noch eine kurze Runde. Das Bike ist auch schon wieder ärgerdreckig. Naja, ist nicht so schlimm, aber ziemlich staubig von dieser Schotterstraße. Und überall diese Moorlwaben bei der Dämmerung. Echt ekelig. Die Reifen sind richtig nice. Das sind die neuen Maxxis Reifen. Richtig geile Stoppeln. Maxxis Minion. Danke nochmal an den Mountainbiker. Echt cool. Ganz lieber Mechaniker. Der hat immer ratzfatz an meine Reifen gewechselt. Da bin ich echt happy drüber. Falls ihr Fragen habt, Anregungen, Verbesserungsvorschläge für mich. Ich habe da wirklich Bock drauf und will da echt mehr machen. Ich denke, es wird sehr stark in die Schiene. Fahrrad fahren gehen. Trails fahren. Mountainbiken generell. Und ja, wenn euch das halt taugt, dann seid so lieb. Abonniert meinen Kanal. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Eine Sache wollte ich noch kurz erwähnen. Da in Kloster-Norburg gibt es diesen ÖMTC Fahrradstützpunkt. Ich zeige euch das mal kurz. Da gibt es nämlich so Fahrradmontageständer mit diversen Werkzeugen. Da fürs Fahrrad zu montieren. Reifen wechseln. Luft aufpumpen. Sonstiges. Echt cool gemacht. Also wenn du am Weg mal so eine Panne hast, kannst du da kurz stehen bleiben. Auch für die E-Mountainbike-Fahrer gibt es da eine Ladestation. Auch cool. Und natürlich, ganz wichtig, Trinkbrunnen. Na gut Leute, fahren wir weiter. Sonst wird uns noch kalt. Es dämmert schon. Der Himmel ist leicht rosa am Horizont. Da sieht man eh, wie geil rosa der Himmel ist. Oh, herrlich. Und ich sage es euch Leute, so eine abendliche Biketour ist echt mörderisch. Also für mich ist das so entspannend und nach der Arbeit einfach mal raus. den ganzen Tag im Büro hocken und beim Fahrradfahren kriege ich richtig den Kopf frei. Und das ist so chillig für mich. Also ich liebe es echt. Wenn ihr Bock habt mit mir mal biken zu gehen, dann schreibt es mir einfach mal auf Instagram oder Facebook. Und vielleicht können wir mal gemeinsam eine Ausfahrt machen. Wäre richtig cool. So cool. So cool. So cool. So cool.